Ein noch unausgefärbter Habicht hält Ausschau noch Beute. Die Turmfalken-Eltern ahnen davon nichts. Sie sind damit beschäftigt, dass keines der Jungen benachteiligt wird. Also, dass jedes ausreichend Futter bekommt. Deshalb entwickeln sich alle gleich gut. Dem plötzlichen Angriff des Habichts können die Turmfalken-Eltern nichts entgegensetzen, denn der Habicht ist stärker. Vögel bilden den überwiegenden Teil seiner Nahrung.